Erstmals tauchte die ältere Gruselfrau 2019 in einem Video auf. Wie in Trance tanzt sie nachts auf der Straße, kreist mit verschlossenen Augen ihren Kopf, bewegt ihre Arme wie eine Schlangenfrau. Doch wehe, sie wird angesprochen. Laut Augenzeugen soll sie aggressiv werden, Passanten anpöbeln und attackieren. Gegen langsam vorbeifahrende Autos soll sie mit Füßen getreten haben. Die Gerüchteküche geht über, sogar von einem Messer ist inzwischen die Rede. In Belgrad geht die Angst um. Zwei neu auf TikTok hochgeladene Videos heizen die Stimmung aktuell wieder an. Als würde die unbekannte Frau Dämonen beschwören, schwebt sie im Licht einer Laterne über die Straße. Ihr Tanz scheint ewig zu dauern. Sie wirkt völlig entrückt. Auf den Social-Media-Plattformen scheiden sich die Geister. Die einen fürchten sich vor der Frau, ein User will sie erkannt haben. Demnach sei sie hochintelligent, psychisch jedoch auch tagsüber auffällig. Ein anderer berichtet sogar, dass die Tänzerin bereits vor längerem verstorben sei. Das würde gut zu einer Geisterfrau passen.